Ja. Was hat es noch als Geheim von diesen komischen Pilzen? Hoi Düngerlings, genau weiter vorne. Ja, das ist ein... Das sind Düngerlinge. Ja, da passt die auf dem Baum. Ja, das sind... Das sind Schüppchen-Schnitzlinge. Dünn-Pfiff-Schnitzlinge. Hast du schon mal Dünn-Schnitzel bekommen von einem Pilz? Ja, ja. Aber das ist normal wie ein Pilz. Das ist normal wie ein Pilz. Hast du voll den Scheisser bekommen? Ja, die Sprühwurst und so. Ich bin auch noch im Bomben. Nein, nein, zu viel Pilz essen ist schon normal. Du hast nicht zu viel Pilz essen, das ist normal. Du bekommst den Scheissen, gell? Ja, dann hast du das Problem nicht. Du hast das Problem eh nicht. Das ist so. Zu viel Pilz ist nicht gut. Ich bin ins Essen-Mamens richtig arg. Eben. Hast du noch so einen Dünn-Schnitz? Hast du Dünn-Schnitz? Ja, der Dünn-Schnitz. Wo bekommst du von dem auch den Dünn-Schnitz? Was ist das für einen? Das ist auch der Pilz. Gelb-braun. Erlind-Schnitzlinge. Ja, ja. Erlind-Schnitz... Eben, Schlitzlinge. Ungeneisbar. Hast du auch den Krytoris ausgelöst? Ja, der fette J-Rauch. Nein, den Krytoris ausgelöst gibt es nicht. Da geht alles ausgelöst. Kennst du, ich kack mir in die Hause, den Pilz? Mit diesem Pilz? Ich kack mir in die Hause. Kennst du den Pilz nicht? Der ist hier, schau. Jetzt sind wir so schissen. Die sehen doch alle gleich aus, Mann. Was sind sie für den Heinz? Was heisst FNK-P-Frau und Köpfer? Fruchtköpfer. Fruchtköpfer. Ja, ich kürze sie so. Ausscheidlich gibt es auch. Hast du gelesen? Fruchtlich, oder? Gibt es auch einen roten Playboy oder so? Dann ist es Cortinarius. Hat es den Hefner? Ja, das war ich gesagt. Was ist das? Das ist der Hefner. Der Hefner, oder? Ja, die zwei roten. Gehen sie gleich offensiv oder defensiv? Gehle und die roten. Offensiv oder Defensiv? Ja, beides. Geht es von Frontal? Ja, Frontal schon nachher. Geht es von hinten, gell? Ja, jetzt können wir von hinten. Wurzelschnitzling. Das klingt auch gut. Auch die sind ungenies... Nein, die Schnitzlinge sind... Die Schnitzlinge sind alle ungeniessebar. Die Schnitzlinge sind ungeniessebar.